Ich seh's schon kaum, jetzt kommt er wieder zurück, FOTZE! Ich sag doch, die müssen scrimmen. Gegen wen spielen wir denn? Die 04, die scrimmen wieder. Warte, wer? Die 04, Mann. LOL, NEIN! Echt? What the fuck? Egal, die haben diesmal besser gedraftet als letztes Mal, wobei, die haben immer noch scheiß Picks. Der hat letztes Mal Kamel gehabt. Jetzt hat er sein K6. Oha, Alter. Ist das Doggy's Main? Ja, das ist der Main-Account. Der hieß vorher Mitsuna, äh, Natako oder so, irgendetwas. Jetzt legt er sicher mit dem Falschen an, weil jetzt bin ich nicht in der Midlane. Ey, Renga OTP gegen K6. Ey, warte mal, die sind gar nicht zusammen. Da sind nur drei von denen dabei. Ja, ich denke, wenn wir zu viert sind, haben die auch noch zwei dazu addiert. Hä, du kannst nicht zu viert sein. Wenn die zu dritt sind, meine ich. Ah, ja, genau, genau. Die haben zwei Randoms. Ja, die die dabei haben. Oder die Randoms sind halt auch zu zweit. Ja, natürlich, aber die sind halt nicht fünf Mann, glaube ich. Digga, hat den eBay-Player, ne, warte mal, ich werde Top-Lanes auf Fisten. Schau mal auf die anderen Lanes. Wow. Echt nicht? Ich habe den Gneiter auf Gangplank. Ich spiele ja im Gangplank. Jetzt ist sie viel beleidigt. Ey, ey, ich sehe schon kommen, ne. So Minute 2, ich mache gerade einmal zwei. Aber First Bloods. An ally has been slayed. Oh, ich habe nicht mal Pott gekauft. Ich bin am Innen. Ich habe den Lanes. Gib mir meine LP zurück. Digga, du bist so abgehoben, ne. Digga, Kahn, du bist so fucking abgehoben. Der hat mich einmal vergessen, das wird schon wieder... Ey, 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 Moment, Moment. Ich brauche von Lulu und von Ari Hilfe für die Raptors. Ich fange mit meiner Weh an. Weißt du, was ich so toll finde an euch Hinterwäldlern? Was denn? Was denn? Ihr hört auch auf uns normalen Menschen. Hihi. Wow, geil. Hört man mich wieder? Hallo? Hallo, hallo? Ach, man hört sich. Ich hab heute eine Benachrichtigung vom Test bekommen, dass ich jetzt immer einen Beep-Ton bekomme, wenn ich gemutet bin und rede. Dam, dam, dam. Ey, wusste ihr, dass diese Pflanze immer zu verschiedenen Zeiten spawnt? Echt? Das ist voll komisch. Manchmal spawnt die richtig spät. Ey, der ist gespawnt. Oh, echt? Der fällt jetzt bestimmt wieder. Ja, Mann, der fällt. Jetzt kommt eine fliegende Katze. Oh. Insane Mechanics, ne? Ey, warte mal, ich hab's nur einmal gefailt. Okay, das reicht aus, danke. Oh, wer ist ein braves Mütchen? Du bist ein braves Mütchen. Er braucht deine, ähm... Okay, ich wär kack. Skippen. Ich hab nichts gesagt. Du brauchst einen Duden. Ja, das auch. Ja, die sind hier drin. Ja, die haben einen Duden. Ah, nee, das ist der alleine. Nein! Warte, hat Karsis Topside angefangen? Ne, Botside, soweit ich weiß. Bot. Okay, okay, gut. Pass auf Level 3 auf, ne? Ich werd' nicht matchen. Ich werd' weiter durchfahren. Ja. Bin eher reingepusht. Du hattest nur einen Job, Steve. Was? Ich hab die ersten Minutes gemacht. Der wird wieder in den Top kommen. Level 3. Ah, ja. Der wird nicht mitbekommen. Ich muss das Loon Gromp machen, ne? Da kaffe ich dich um. Kann gut sein, dass du auch hyperfarmt. Der Karsis. Wie bitte? Kann gut sein, dass du hyperfarmt. Der Karsis. Ja, ja. Das kann sein. Kann man oben lane ganken? Ähm. Weiß grad miss? Stopp, Karsis ist Topside, aber. Nicht, dass der Weiß... Oh mein Gott. Kannst du mal das mit in die vorne rum bringen? Kann sein, dass der Weiß-Bot hinten schießt. Kann sein, dass der Weiß-Bot hinten schießt von hinten. Nice. Ah, fuck. Das kriegst du nicht, ne? Hinten, ne? Hat der River gewartet? Ne, hat er noch nicht. Bin zu schlecht. Dann hat die, Bruder. Komm her, ich küsse dein Auge. Ja, dem können wir es am Nassbar wird. Weiß ist Melsen. Wie sein Tiger ist. Warte, wir können auspushen, ne? Ja, ja. Er hat keinen Tipp, ja. Ich bin so schlecht. Warum bin ich so schlecht? Der kennt ihn nicht. Den Ignite-Gang-Plenk. Karsis, pass auf? Wir können ihn, wir können ihn, wir können ihn. Ich flash gleich auf ihn. Go. Digga, bist du diese Riven, von der ich gehört hab? Ich glaube, ich bin nicht. Box, Box, Box. Ich hab's nicht mehr gelernt. Ey, warte, 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 ich hab die Idee. Bleib hier drinnen stehen. Digga, safe call, Bruder. Safe call. Du musst jetzt deine Klamotten ausziehen. I am Mike Gamedo. Warte mal, hat er Flash? Er hat. Safe call. Boah, ich sehe ich auch. Okay, wir werden am Ende noch sterben. Okay, warte, 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 warte. Ich hab Karsis-Faker. Oh, er ist Faker. Er ist Faker. Das ist der wahre Call. Weiter texten, let's go. Digga, oh nein! Weiß muss Botzeit? Ich hab einfach keinen CS. Karsis wird auch Botzeit sein. Hier ist ein Wort. Ey, jetzt kann ich mir Schuhe holen und einen Warhammer. Geil. Boah, jetzt kann ich mir einen Longsack holen. Das war alles geplant zum Texten. Leute, ich bin schon fast Level 6. Ich brauch nur halbes Level. Karsis, ich hätte... Passt auf. Du wirst es auf Facebook ändern sollen. Pass mal auf Botzeit auf, ne? Karsis ist... Der Idee ist weg, wahrscheinlich. Ich brauch noch zwei Camps, hab ich mal Level 6. Ich werd auch gleich anfangen Botzeit zu covern. Aua. Äh, haben die irgendwo Flashes bereits gezogen? Ähm. Braum hat noch Flashes, sonst haben sie nix. Sie ist die Supporterin. Ich glaub Karsis wird äh... Top-Side spielen. Ja, die. Weil sie war ein Misch aus dem Game. Ich kann das nicht treffen. Bezweifle ich. Seine Camps sind unten, nehm ich ab. Okay, ich brauch noch ein Wrap, das glaube ich mein, er will 6. Nee, ich mein, er wird zu lange fahren bis der Top-Camp. Okay. Banken kann. Ist fun, ist fun. Ich hab auch gleich meinen Ghost wieder ready. Aber der Jhin hatte keinen Flash, ne? Ja. Auch kein Heal. Exhaust ist auch raus. Ich move nach unten. Okay, pass doch nochmal lieber oben auf. Der Weißen ist gerade. Hast du deinen Speed-Up dann gleich für mich ready? Ja, hat sie. Warte, ich warte noch einmal kurz. Ah, warte, ich warte noch kurz. Zehn Sekunden, ich warte zehn Sekunden, hab ich Ghost ready. Warum bist du Level 4, Liti? Ich hab Gangplank-Bagged gerade. Ach, no. Okay, mein Ghost ist an. Speede mich, speede mich, speede mich. Auf den Jhin. Ich hab leider nur den Raum. Ah. Oh, no. Er hat Kamana. Wann ist Gangplank 6? Er braucht noch ein bisschen. Ich hab keinen Cooldown gehabt. Ich habe Gnade in 16. Ich kann dann auch nicht flaschen. Oh, fang. Ich glaube, will ich den Dragon machen? Hast du Kontrolle über den in der Mitte? Ja, ich hab auch CP für uns. Alles bei dir zum Geburtstag, Lili. Können auch holen, wenn er eher langläuft. Nee, meins. Ready? Leute, schnell den Drach machen. Meine Oma hat wirklich ein dicker Witz-Deck. Kann ich machen. Kann ich mal, der Reiss. Ich glaub, der jetzt noch diese schöne Frucht nehmen soll. Teufels Frucht. Ich geb dir gleich Teufels Faust. Digger. Lern zu smiten, Bruder. Ich hab einfach so gemacht. Wer soll den contesten? Alles Gute zum Geburtstag. Gangplank Ulti. Ja, stimmt. Aber die haben keine Vision. Raum ist zu um. Warte, Gangplank hat er geultet? Nein, 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 nein. Achso, okay. Ey, was? Das trifft. Achso, Kha'Zix würde Richtung Top-Side-Moven. Ich weiß es, misst noch. Kha'Zix ist Bluboff gewesen. Der hat Bluboff bekommen, der weiß. Oh, okay, nice. Dann, 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 dann. Passen wir auf, das bin ich gegaffed. Ich bin noch Löwe, Sack. Äh, ich bin noch Löwe, hier. Ich glaube, ich kann in Köln... Ja, ist 100% tot. Ich war da nochmal eben. Ah, die kannst du eben... Ich mach schon, ich mach schon. Mach schon, ich mach schon. Hat sie so kommen? Was kann ich? Boah, Ocean Tricks, ist so geil. Du, mich eben hier kurz mitcovern kannst. Ich will eine Wacht hier instellen. Äh, ich kann boogen jederzeit. Nein, okay, ist jetzt fine, ist jetzt fine. Ich bin da britzig. Ich will sein Red... Ich will sein Red-Gan invaden. Ja, wir machen. Ich kann dann backen und TP'n, falls was dann sein soll. Sorry. Ach was? Nein, geht schon. Äh, kriegst du den Mitte gepusht, dann kannst du her-boven? Hat der weh? Hat der weh? Ja, ja. Oh ja, Kha'Zix topside, Kha'Zix topside. Oh, perfektes Timing. Was? Wow, der Flash, Alter. Stopp Flash, Alter. Wird man dann wieder töten. Hätt ich es machen sollen. Der wusste, dass ich bin in CSG. Kannst du gleich trotzdem her-boven? Wie er sich fühlt, er kann Flash-Rotter-Tick machen. Was für eine Tat, Alter. Okay, ich hab ja alles, was ich will. Den krieg ich nicht. Ah, den kriegen wir. Null. Oh, shit. Holy shit, der Snare. Was? Äh, ich steppe hier, ich steppe jetzt. Ich steppe jetzt, ich steppe jetzt. Tag, Mann. Oh, das war unlucky, dass der Kha'Zix da ist. Das ist der. Aber mein Promise. Holy shit, Mann. Das ging ja übelst lang, der Snare. Aber war mal bad. Ich hab nicht gedacht, dass der Kha'Zix da ist. Ich dachte nicht, dass er da über die Wand zurückkommt. Ah, ich hab mir zwei Camps weggenommen. Ist aber fine, though. Das ist nicht zu schlimm. Ich hab mir drauf irgendwas geused. Ne, der ist da einfach nur hingelaufen. Er war da. Der weiß geflasht, ja, ne? Ja, ist er, ist er. Kha'Zix wahrscheinlich auch, ne? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Ding es auf jeden Fall geflasht hat. Ich glaub, Kha'Zix ist topside. Irgendleich löseg. Irgendjemandem Grund. Weil der Genf nicht so akzeptiert spielt. Das ging gerade so nice. Kann sein, dass die Zubb immer in Blue-Off sind. Ich bin da, weil der Zubb ist. Oh, das ist süß von mir. Okay, der Booster ab. KZR, komm. Ich deck den Arsch. Ich kill top erstmal. Ich mein Ding ist, Ari. Ja. Nice. Ich mach Rom. Komm nochmal mit nach oben. Hat er geflasht oben? Er hat vor zweieinhalb Minuten geflasht. Nee, doch nicht. Pass auf, ich klee hier eben mit der Pflanze. Ich will ihn eigentlich gerne Tower-Diven. Passt mal auf, Leute. Kha'Zix könnte höchstwahrscheinlich mit oder bot sein. Rhyse miss? Rhyse war grad... ...worden. Ob er das der Top ist. Ähm. Ich glaub, hier steht ein Ding. Lass die Wave shuffle. Ich mach Hilfe beim... Kannst deine Konos machen. Weiß-Bot-Zeit. Hat noch ein Wort gestellt. Geh Kha'Zix-Bot. Kha'Zix-Bot. Weiß-Bot. Weiß-Bot. Okay, er weiß nicht, dass ich hier bin. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Gehst du drauf? Komm, komm, komm. Komm, wir machen Kohlen. Hast du ein bisschen auch Boss-Zeit, ne? Die können euch eventuell... Nein, 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 schon, okay. Wir sind zertig. Okay, wir kriegen Top-Verfügung. Ich lasse mir Base-Geb. Außen, ich weiß, wir machen Kohlen. Scheiß Gang-Playing, ey. Der hat ganz schön keinen Spaß. Ey, warte mal. Texas. Oh, die ist so. Auf die Klette. Oh, fuck. Was, ich Mitte? Digga, du zahlst das Gold nicht mit mir? Nein, Bruder. Richtige 31er. Bryce hat Ulti raus. Oh, mein Gott, das war ein Bad gespielt, ey. Push doch mal die Wave oben, man. Push doch mal die Wave oben, man. Wir holen den Eventuell mit, aber... Glaub ich nicht. Ah, Kha'zix macht deinen Vögel. Ist fine. Ich vögle ihn auch gleich. Pass mal mit auf Bot-Sight auf, okay? Ja, wir versuchen nicht gedifet zu werden. Hier ist ein Pink. Okay, Rice geht Base, Rice geht Base. Kha'zix könnte nur noch Bot-Sight sein. Ja, stimmt, der wird uns diben. Rice hat keine Ulti, leider. Rice hat keine Ulti. Der ist low gewesen. Nein, Rice ist Base-Gang. Rice ist Base-Gang. Der Kha'zix ist dran zu leben. Ja, der ist hier. Aber jetzt hat er noch Voll-Life, ja. Okay, das ist fine. Ja, ich hätte ihn töten können. Ja, dumm gestorben. Ich habe Ulti 20 wieder. Wie sieht es mit Flashes aus? Wer hat kein Flash? Boss hat alles. Wir haben gerade nichts benutzt in der Mitte. Okay. Wer weiß, Flashes müsste noch da sein. Es kann sein, dass man Jungle... Es ist höchstwahrscheinlich, dass man Jungle gewordet ist. Sicher. Der ist 100% gewordet. Moment mal, wisst ihr was? Ich gebe einen Fick auf euch. Ich move straight up wieder nach oben. Ja, Günther. Komm erst, wenn Drag wieder da ist. Wir werden gleich zum Blue-Bot-Move. Wobei, mein Red spawn gleich. Hier ist ein Pink. Warst du noch für Wave-Pushen? Weiß-Bot-Zeit jetzt? Ich werde euch unten gleich nochmal covern. Digga, der Typ, der spielt keinen Atlantis, Mann. Der spielt Afrika-Simulator. Können wir den Pink-Rotty zusammen D-Rotten? Ja, okay. Go, go, go. Wir kommen von hier. Ich will doch eben noch meinen Red machen. Dann komme ich auch. Die werden halt da sein. Mit Rice und Kasi. Das ist einfach. Will nur D-Rotten. Wie soll das stärker sein? Das ist ein nice Solo-Kill von mir, ne? Habt ihr das gesehen, Leute? Ja, Mann, Alter. Ayo, kannst du nicht mit mir mitkommen? Hier ist ein Wort. Ich konnte es selbst machen. Ich habe K6 hier. Ich gehe hoch, komm. Komm mal auf. Ich habe auch Freunde mitgebracht. Was, der steht noch? Nice. Digga, Bruder, du hast keine Freunde. Du hast nur uns. Ich kann den Solo machen. Ich bin ein großer Junge. Hast du hier rüber, One? Ich habe keine Watts ready. Bleibt mal zur Sicherheit irgendjemand bei mir so ein bisschen in der Nähe. Ja, ich bin. Der Rice kann wahrscheinlich ultieren. Wenn du willst, können wir den holen. Der wird mit sich auf mich auch ultieren. Ziemlich safe. Das ist was, was ich machen will. Bist du ein guter Spieler? Ich hoffe, ich treffe meinen Charme. Okay, gut. Nein, nein. Das ist mir zu dumm. Die könnten hier über Watts haben. Passt. Warte, ich move da unten. Mitte und Bot aufpassen. Ich mache Cracks und dann move ich unten. Khazix, topside. Pass auf, der hat euch da move, ne? Haben die unten die Lang gewordet? Äh, nein. Spini, aggressiv auf euch? Der hat keine Sackstones. Echt nicht? Echt nicht? Hä, was sind das für Menschen? Wir müssen Tablet schützen. Khazix spot, ich counter gank das, ich counter gank das. Warte, schwarz. Du tust so, als wärst du ein schlechter Spieler. Du hast ne aufhörigen Reis-Ulti, ne? Der kann vor mir move'n. Ist fine, ich habe Ulti'n von Khazix-Move, nicht mehr. Der muss wieder. Lock ihn oben. Ey, okay, warte, die haben hier nicht gewordet, ne? Ey. WTF? Ich glaube nicht, dass die kommen. Aber wenn er sich zu viel hat, ne? Und ich kann nicht hinterher move'n, weil ich keine Vision habe. Stellt euch mal bitte hier ein bisschen rechts hin. Aber wir haben noch einen TP. Ich kann... Hier ist ne Ward. War ich bitte noch? Ich habe ne Ward hingestellt. Da ist TP Ward, gell? Ja, ja. Sag aber Bescheid, wenn jemand ult ist. Khazix, Khazix, Elk, 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 Geht auf ihn drauf. Soll ich TP'n? Oder macht ihr das? Hey, catch up. Watt, Braun? Oh. Ich ruche neue Richtlinie. Ich weiß, du ultert. GP kein Ulti? Oh, ich kann nicht ulten. Fuck. Ich steppe hier. Oh mein Gott. Wir können weiter rauf. Weiter rauf. Ich bin tot. Ich bin tot. Der Weiß wird auch kommen. Der Weiß wird auch kommen. Ich bin gleich in Range. Holy shit, all me. Dicke, mein Decision-Making ist so gut. Oh mein Gott, ich habe den Verhandlung. Dicke, Khaun. Nice Charm. Renner, 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 renner. Oh Mensch. Warte mal, wieso habt ihr beiden Pater noch eure Ultis? Äh, das ist wie ein Anzeigefehler. Ich habe ihn gewagt, ne? Damit Jakob Place macht. Einer muss ja gut verstehen. Ich flame euch einfach dafür, okay? Mein Decision-Making war on point. Ihr seid einfach nur bad. Ja, indeed. Mein Charm war fast on point. Ich finde, so in zwei Sekunden CC-Pointing-Click-Charmen, das wäre mal eine gute Idee von Ryan. Weißt du, wie es gerade bei mir aussah? Weiß 2.0 mit Bashes. Mit 3x Flash? Wir haben Faker auf Toplane. Was? Ey, tatsächlich. Ich fiel ihm alles in seinen Arsch rein. Aber Hauptsache Make-up Toplane. Ja. Perfekt. War ich miss? War ich miss? War ich miss? War ich miss? Oha. Willst du damit sagen, ich bin Asiater? War ich kinkrieg. Ist doch Asiater. Ich habe aber keinen kleinen Penis. Okay. Weißt du, worauf ich wieder richtig Bock habe? Du hättest noch hier einsetzen. Ich kann es nicht. Sonst hätte ich ihn dann bekommen. Leute, der kriegt dann. Weißer Baisen. Warte, ich gank gleich Toplane. Lass einfach überdottern. Oh, nee, warte. Lass den Risshold machen. Lass den Risshold machen. Ist ein Wort. Na ja. Kasi Schwarzzeit. Kasi ist schönerweise Botzeit. Schöne. Äh, Botzeit. Hat Riss noch Flash? Ähm, ich glaube, der hat ihn wieder ab. Der hat ihn gerade nicht benutzt. Okay, die wissen, dass ich hier bin. Die haben mich gesehen. Pass mit der Botzeit auf. Wir machen jetzt gleich Rift Harald. Kasi ist hier. Wo ist der Gangplacer, abgab? Ich glaube nicht, dass ich euch da im Bot. Unwahrscheinlich. Problem ist, wenn er sich Topzeit. Go left ist, dass er so Botz wird. Lass, hör mal auf, das scheiß Ding die ganze Zeit aufzusehen. Weiß noch miss. Und, äh, Kasi ist auch. Weiß, Antara. Nehm' du. Ja. Ich geh' Top, bisschen mad machen. Ach, ich glaub, das ist er schon. Obwärts ist hier, Wartal. Er geht jetzt back. Oder Riss und Kasi kommt Top. Wenn er da ist. Ja. Ich bin hier, ne? Ich denke nicht, dass die in 7-1, äh... Ist er alleine? ... mit dem Gang gemischten. Kasi könnte hier sein, aber macht keinen Unterschied. Ey, darfst du mit deinem Red gunnen? Ja, kann's sagen. Dankeschön. Der ist nicht hier, der ist nicht hier, der ist nicht hier. Mach den Tau, mach den Tau, mach den Tau. Ey, da sind zwei Pings, ne? Mein Geist. Oh nein, Mann, der ist noch da. Ihr habt gesehen, da waren zwei Pings. Okay, nice. Ich wollte es mal ohne texten. Nice. Pass it. Oh, go, go. Oh, no, 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 no. Weiß, ist am Tower-Mitte? Weiß, muss Gott. Weiß, muss Wirt. Ai, ai, ai. War mal Gangplank. Hättest nicht sagen, sorry. Äh, Flächter-Code. LOL, du hast die Tower angegriffen! Ugh. Gangplank-Ultim. Unlocky. Hat dir Kon-Code schon, lass den Tower machen. Digga, text doch nicht meine Minions weg! Red-Buff haben wir direkt gespawnt. Held, respawn! Weiß, muss top. Ihr solltet Red-Buff-Lamens ziehen. Ja, macht einfach Red. Top, äh, Red-Buff übertragen. Auf Gegner. Nice. Rats mal, wer den bekommen hat. Kha'Zix? Ja. Digga, du bist so am Inten, ne? War dich am Ulti wieder? Hat der Reiss Flash? Äh, müsste. Den werden wir nicht kriegen können. Der ist tankig, ist weg. Bruder, mit der Einstellung haben wir schon verloren. Es war nicht Recall dran. Ich hab nämlich jetzt noch Cleaver fertig. Ich war relativ strong jetzt. Ah, der Taus ist aber schon low, ne? Haben wir, warte mal, hast du TP ab? Ne, hast du nicht. Wie lange noch für dein TP? 50. Hm. Ähm, der, der, der schöne Winddrache ist gleich ab. Geil, mein Lieblingsdrache. Äh, Aju, du hast Swords, ne? Hab ich, ja. Okay. Aber ich kann da grad nicht hin. Nein, dann passt auf. Ich mach jetzt zwei Camps. Wir warten darauf, dass das Teleport ab ist. Brauchen uns. Gangplank sind top. Wir wandern dann dorthin über die Wand und dann diben wir die. Drei, drei hier. Alles gut, alles gut. Das sind zwei Pings. Geh da lieber weg. Ich bin fine. Nur da kurz ein bisschen gechillt spielen, okay? Bis wir Teleport ready haben. Ich hole noch ein bisschen Zeit, so. Ihr könnt ruhig machen, was du wollt. Aju, kannst du schon mal irgendwo hier einen Reinwand? Moment. Moment. Was wollt ihr nehmen? Oh, zwei Top-Defend-Electory. Ja, ja. Ich fühle nur aggressiv, damit ich's zu mir kommen. Das ist Free. Digger, was ist irgendwie... Was ist irgendwie... Der Cloud-Drache. Ja, egal. Die werden... Die Refresh-Drache. Freak würde das gefallen, ne? Darf ich auch mal was machen? Ja, Botlin, komm. Halte bitte, Botlin, die ist eingepusht. Äh, Dingels, ne? Ja, wir brauchen gleich Tipi, dann. Weißwald basen. Wer soll er? Was ist die Botlin? Ja, wo sind die? Kannst du hier hin Tipi? Die sind hier, die sind hier. Tipi her, tipi her, tipi her, tipi her, tipi her, tipi her. Leute, dive, go. Go tank, go tank. Weißmove, weißmove. Ich brauche. Ist fine, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ich tag, ich tag das noch mal. Geh zurück, dann kann ich Mitte holen. Ja, mach mir auch, mach mir auch. Aber wir können weiter Bot-Pressure und dort mit Mitte. Können wir auch. Boah, komm, ey, sag, das ist ein Unterkopf. Ey, ey, weiß bestimmt nicht, dass ich hier bin. Hier, hier. Guck mal, wenn es nicht geht, wirst du jetzt gestorben. Wir können Mitte rotieren und decken, der wir mit versuchen. Nein, 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 wir machen, wir machen Bot. Wir sind top wieder. Ist weiß noch Bot? Ja, wir können mit holen eigentlich, ne, wenn ihr rotiert. Ja, okay, komm. Warte, bern den Tower, bern den Tower, bern den Tower, bern den Tower. Weg. Weiß nicht, der Creepy wird halt mitgekommen, hundertprozentig. Ja. Und ich muss top auspushen. Ne, den Tower kriegen wir nicht mehr, wir sollten weggehen, wir sollten weggehen. Geh weg und reset it. Boah, wer ist, ich hab ziemlich... Ja, der kost. Digga, wer ist das? Ist das Faker? Flash, rise. Mein Name ist in 18. Brauche ich ein Base, ich hab ein Item. Ich hab auch ein Item. 2.200. Ja, lassen wir basen. Ich hab ziemlich viel Gold. Ich möchte die bitte in den Nashes reinbaten, ne? Wir haben ja Clown Dragon, wir können gut rotieren. Ja, hol mal Pinkboards für den Nash. Warte, wir haben den doch gemacht. Ja, ist nebenbei. Ja, danke für ein Call. Digga, Khan, wenn du mal ein Call machst, ne? Wir sollten Riven-Bot schicken, ne? Richtig godlike. Einmal rotieren. Riven-Bot. Komm, mein Jhin ist in der Botlane. Äh, äh, äh. Würde dich nicht machen. Ich würde, ich würde Botlane legit einfach erstmal nur Slowpush und dann fighten die dort. Ich geh mit, weil ich kann so schnell rotieren. Warum gehst du mit, Digga, Bruder? Ey, der ist, der ist geworden, der ist geworden. K-Kent, äh, stopp ihn. Äh. Kallex ist auch hier. Ja, komm, 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 komm. Wir machen die, wir machen die. Boah, ich küsse ein Auge. Okay. Das ist RIP. Ne, warte, warte, wir haben Double Ocean, wir haben Double Ocean. Hilfe! Ja, aber erstmal raus, erstmal raus. Ich mach Ultjan, ich mach Ultjan. Die kommen jetzt nicht. Könnt ihr die Nation fangen? Fangt ihr die Nation an, die sind Gesung, die sind Gesung. Ja, mach einfach. Okay. Setz hier hinter den Nation, Pink. Keiner wird hermoven, keiner wird hermoven, solange die hier meine Ulti sehen. Wir kriegen doch nicht die Rest hier, ne? Ja. Äh, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Und jetzt. Oder du. Ich hab nicht mehr gesmited, ne? Ich hab 300. Starten gemacht. Okay, ist fine. Lass mal bitte Dinges machen. Ich will 1, 3, 1 haben, Side-Aids pushen und danach moveen alle in die Mitte. Nachdem die Side-Aids gepusht sind. Okay, schon noch kurz. Äh, Likesley. Ja, ich brauch noch eben kurz Rap. Kann da rauspushen. Kann da rauspushen. Wenn ihr basen wollt, dann alle jetzt. Und pushen, push bitte noch nicht die Side-Aids ein, ne? Wir sollten das bisschen gleichzeitig machen. Ja. Ja, warte noch. Wir sind ready, ne? Wir können das jetzt machen. Ne, ich muss basen. Ich hab noch Gold. Okay, jetzt sind wir ready. Sollen wir 1, 3, 1 oder wollen wir groupen? Wir machen 1, 3, 1. Nachdem ihr die Side-Aids gepusht habt, movet ihr in die Mitte. Okay. Ready? Ja. Ja, ja. Fakt an die Side-Aids zu pushen. Wir pushen jetzt alles ein. Äh. Ich glaube wir sind irgendwo hier. Ich mach Trinkern. Ich mach Trinkern. Ich mach Trinkern. Ich mach Trinkern. Ist gut. 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 Auf den Gangplang. Ist der scheiß Ryzen, ne? Ich tank das, ich tank das, ich tank das. Oh mein Gott. Sticker. Ähhhh. Leg? Die botlane. Wir haben immer noch Double Ocean. Wir können weiter. Ui. Schöner. Insane Mechanics. Alter, diese Charms, on point! Ey, pass auf, der kann schon alle drei mit einer Ebene Ja, natürlich Leute, 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 Leute! Go, go, go! Oh, das ist, das ist der Call Das ist der Call Nice, nice Kha'Zix hat keine Ulti, aber der kommt jetzt wieder Ey, man merkt gar nicht, dass du da mit vier bist Wir haben Ocean, wir haben Ocean Bank Weil ich? Er ist doch Challenger Dreckiger, wieg's denn? Wir gehen auch um, ich hab Ulti gar nicht wieder erlebt Ich glaub aber nicht, dass er mich moonshotten kann Ja, komm, ist der Challenger geworden Ja, Mann Okay, weg, weg, lass weg, lass weg, lass weg Das können wir noch machen, das können wir noch machen Digga, Bruder, er macht Reset, Meset Ich hab gleich Ulti Okay, können wir jetzt bitte weggehen, ich hab keinen Bock mehr Was, wir sollen weiter rein? Okay, das geht Digga, Bruder, das ist kein Ocean, äh, kein Clown, den können wir nicht machen Wir spielen hier auf Rotierung Haben die Vision? Wer ist es wer? Ich spiel hier auf Rotierung Wir haben Vision in der Mitte aufgebaut, Garth Actually Ach, guck mal, der wird zum Mach, Leute, macht mal Drache und move wieder nach oben Guck mal, ich bin vorsorglich und hab Pinkworts dabei Digga, ich, Bruder, ich küss mehr als dein Auge Ich hab kein Geld für Pinkworts Der Ball passt dir so gut, ey Ich geh top, ne, ich hab TP Wir, wir sollten einfach alle Echt? Ach stimmt, stimmt, der doch Okay, okay Es ist ungewöhnung, dass der Gagplay auch ohne TP spielt Wir können dazu vier Bot und Rippen Ja, wir, wir move'n noch Bot 9 Wir move'n noch Bot 9 Was war das grade für Geräusch? Ja, 23 Nein, untergedrückt der Lacher Okay Äh, nee, nee, warte, du erstmal die Mitte eingepusht Halt du die Mitte eingepusht, bis wir Bot 9 bereits gemacht haben Okay, die haben hier keine Vision im Jump Der ist ein Wursch Der ist ein Wursch Stellt euch etwas weiter rechts Oh, ich schaue, oder? Was ist jetzt Mitte noch? Okay, Mitte Ist fine Leute, wir spielen jetzt nur auf Topside, ne? Wir spielen nur auf Topside Ja Push-stop rein, push-stop rein Oh, die sind sehr lauer Kannst oben weiter pushen, ich bin jetzt in der Mitte Ich kann jetzt zu jedem hinlaufen Ich hab auch Go State ready Ja, kann ich machen Oh, okay, das geht auch Ey, ist das Faker? Der Regal ist halt nicht grad, ne? Hast du Faker zugeschaut und einfach seine Skids nachgemacht? Ja, natürlich Äh, drei Bots Warte, ich mach Ultern, ich mach einfach Ultern Ich muss auf Montage gehen, auf Montage Ich mach einfach Ultern, mach den Scheiß hier fertig Hau den kaputt Wir kommen Mitte Insane Riven Äh, irgendwie Mitdauer Lass mich tanken Hihi Hihi, xd Braveface, no space Juh Können wir nicht Lol, lol, was machst du? Der kaputt Oder alles kalkuliert Digga, hast du Mathe-Rechner bei dir oder was? Ja Mathe-Rechner Digga, ich sterb doch nicht für deine Sünden Oh Ah, ich stirb für deine Sünden Oh, ich komm weg Nein Nein Ahhhh Oh mein Gott, Faker Nein Digga, ihr habt alle verdient zu sterben mit die Hunde, ne? Gut gespielt, Leute Oh mein Gott, Faker We got this Don't, don't tilt Kappa Don't tilt We can do this Ja, wir müssen surrendern Riven hat einen Tod Das ist doch nicht Faker Faker stimmt nie Weißte Na Gott, dann findest, ne? Okay, save call, KZ kommt hier vorbei Und ich geb ihm Okay, er ist zu schlau für mich Oldsmarted Das ist ein Quality-Jungler, das bemerke ich sofort Erst weil er ist behind Ey, Karl, Mann, ganz ehrlich Wie viele Rap-ups hast du dir schon genommen? Einen Zwei Zwei, okay Wie viele Rap-ups hast du bereits verloren? Zwei Digga, wenn du den verlierst, ne? Ich schwör's dir, ich hau dich Ja, du musst nach Wiesbrand kommen Ich weiß nicht mal, wo das ist, mal Äh, Frankfurt Okay, du bist kein Hinterwälder Ich geh Blue machen, komm dann noch Dreck-Bot Und dann können wir mischen Geht dann einfach auf Bot runter und warte auf das Zeitlands einpushen Hast nicht Jakobs Post gelesen? Irgendjemand muss doch die Games spannend halten Ja, ja, das kann Boah, gerade eben, ne? Ich hab den Pentakish schon bei meinen Augen gesehen Und dann das Das ist der Head Leute, Bot-Lane, Bot-Lane Ich warte bis dahin, hier komm Digga, was glaubst du, meine Krabbe? Ey, hier ist ne Pink Kannst du mich covern? Ja, ja Ich mag pinke Sachen Ich mag pinke Sachen Cup of Pride Achso, jetzt weiß ich, warum ich schlecht spiele, Fenster ist offen Achso Das ist schön Auch bei mir auch, ja Ich glaub, das liegt nicht am Fenster Oh, mein Fenster ist auch grad so gepissen Wartet einfach darauf, bis Top und Meter einpushen Digga, was löst du die Falle aus? Hör auf, die auszulösen Oh, Bated Bated Wir haben gestern gesehen, was Autismus bedeutet So viel zum Gangstring-Thema Leute, ich mach jetzt gleich Ulti an und zone die raus Ich kann rennen Ich mach gleich Ulti an Ich geh Ultis an Jetzt kacken die sich ein Denk, das ist die schlechte, Mann Mach dir Tower Mach dir Tower Ich zone auch Kannst du die Ward kaputt machen? Kannst du Dammit Zone? Raum hat keine Ulti Ey, wohin gehen die? Ja, hier mag ich sicher Ulti an Okay Ich geh drauf Da könnt ihr Oh, ich geh wirklich drauf Achso ich nicht Ja egal, ich mach mal Unlip weiter Kahn muss sich ein bisschen spannend machen, ne? Ja Oh, oh Digga, kurtschum bei neben ihm, Alter Du siehst sexy dabei aus Was machst du? Laufst du schon wieder weg Pull Equipped bin ich jetzt auch Geil Ich nicht Bist du Bonze? Ja, Mann Kann man nur die besten items holen Also ich bin kurz Mute eben Pizza darstellen Jo GG Boys, weil der GG well played Ja, meine Colts, Leute Ich bin presque Kole closet Soul Ich bin raue Hall Ja Und 입니다 Ne